When the student is ready, the teacher appears. Das ist ja mein neuer Introspruch und ich möchte euch die Geschichte für mich dahinter erklären und was ihr dort für euch mitnehmen könnt. Also im Prinzip sagt das einfach, dass wenn der Schüler bereit ist für diese Lektion, die er zu lernen hat, dann wird der Lehrer auftauchen. Und ein Beispiel aus meinem Leben ist da, ich habe The Sub-The-Art of Not Giving a Fuck von Mark Manson gelesen und in dem Buch stand drin, dass er sein ganzes Leben lang Rockstar werden wollte und sich dann mit 16 schon richtig Gedanken dazu gemacht hat, wie er eine Band aufmacht und alles Mögliche, was du organisatorisch machen musst, um eine Band zu öffnen. Dann hat er mit 22 oder 23 gemerkt, dass er selber, er möchte zwar Rockstar werden, aber er handelt nicht in diese Richtung. Also er hat sich gefragt, warum er sich selber sabotiert, warum er selber nicht weiterkommt auf diesem Weg und hat dann sehr viel Selbstreflexion ausgeübt. Und ihm ist dann einfach aufgefallen, dass er, er wollte eigentlich nur das Endergebnis. Er wollte nicht diesen Prozess, also das, egal was du machst, wenn du in den Dingen besser wirst, das ist ein Prozess. Du kannst nicht Fußballstar werden, ohne diesen ganzen Prozess von Training, Taktik und dem ganzen Quatsch zu überspringen. Also du musst diesen Prozess durchlaufen, dass du irgendwann Profifußballer bist oder Rockstar oder sonst irgendwas, bei dem du einen langen Weg hast. Ich meine, in deinem Beruf bist du ja auch nicht direkt Chef, sondern du durchläufst verschiedene Stages wahrscheinlich. Und wenn du direkt auf die Chefstelle angesetzt werden würdest mit 18, 19, 20, das wäre halt viel zu früh. Du wärst den ganzen Prozessen nicht durchgelaufen. Manche Sachen, du musst erstmal quasi reifen, um für diese Aufgabe bereit zu werden. Und ihm ist halt aufgefallen, er war in love with the result and not with the process. Und das war für mich so eine einschlagende Sache, weil ich habe das gelesen und dachte mir dann so, krass, also ich habe zum Beispiel meine ganze Jugend gedacht, dass ich Fußballprofi werden möchte. Ich war auch ein okayer Fußballer, also da kann man nichts dran sagen. Also am Talent hat es nicht gescheitert, sondern eher an der Disziplin. Und ich bin nicht undiszipliniert als Mensch, aber es geht einfach darum, dass ich diesen Drive, also der Drive, dass ich Fußballer oder Fußballprofi werden wollte, lag einfach daran, dass ich vor tausenden Menschen spielen wollte. Und ich denke mal, das ist so eine Sache, die möchte jeder haben. Also dieses schöne Gefühl vor, keine Ahnung, du wirst als Fußballer, wirst du ja auch schon, da bringen die Leute positive Gefühle entgegen, als wenn du, weiß ich nicht, der Papst wärst. Das ist ja unglaublich. Und wer möchte das nicht? Das liegt ja auf der Hand. Aber niemand oder sehr wenige Leute sind bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Also du hast quasi, im Prinzip hast du nicht wirklich eine Jugend, wenn du dich wirklich auf Fußball konzentrierst. Also du gehst nicht feiern oder sonst irgendwas und du hast gefühlt jeden Tag Training. Also deine Jugend fällt weg, um Fußballprofi werden zu müssen. Und ich war nicht bereit, den Preis zu bezahlen. Also ich war auch nur in love with the result, in love with the process. Und das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, dass ich das jetzt vor einem halben Jahr oder so gelesen habe. Weil das hättest du mir diesen Spruch mit diesem Beispiel, das hättest du mir vor 5, 6 Jahren sagen können. Und ich hätte es nicht verstanden. Also ich war damals nicht bereit für diese Lektion. Also damals war der Student nicht ready. Und heutzutage habe ich mich ein bisschen mit mir selber auseinandergesetzt. Ich habe mich auch schon häufig gefragt, warum das mit Fußball nichts geworden ist. Oder warum ich dafür die Disziplin nicht aufbringen konnte, laufen zu gehen und alles mögliche, was man dafür machen muss. Und für mich ist einfach die Antwort, dass ich mit dem Prozess, ich hatte einfach keine Lust auf den Prozess. Ich bin einfach, was fußballerisch, was läuferisch angeht, bin ich einfach ein recht undiszipliniert. Und so wirst du nicht Fußballprofi. Auch wenn du selber denkst, weil du dich nicht so gut kennst, dass du A möchtest, dann handelst du Richtung B. Und dann solltest du vielleicht mal hinterfragen, ob du A wirklich möchtest. Wenn du Richtung B handelst, die ganze Zeit, für Jahre. Und das ist so die Aussage, die ich euch mitgeben möchte. Überlegt, ob eure Ziele wirklich eure Ziele sind. Also ich habe mir natürlich ein Ziel gesetzt. Ich wollte Fußballprofi werden, aber das war mehr so ein Ziel und kein Ziel. Also versteht ihr, was ich meine? Ich meine damit, dass ich, ich wollte irgendwas haben. Ich wollte aber auch nur die guten Seiten an der Sache. Das ist wie, wenn man Vater werden möchte, aber nicht möchte, dass das Baby in der Nacht schreit. Also das ist ja auch wieder widersprüchlich. Natürlich, wenn du dein Kind hast, kannst du dich nicht mehr anders aussuchen. Aber wir reden ja jetzt gerade über beispielsweise Fußballprofi werden. Da kannst du ja sagen, ja, ich gehe heute nicht laufen, weil kein Bock oder das und das und das und das. Oder ich gehe am Wochenende feiern. Das ist ja natürlich viel einfacher. Das Kind kannst du nicht weggeben, aber die Party kannst du mitnehmen. Ich hoffe, ihr macht euch wirklich Gedanken, ob eure Ziele so zu euch passen. Je besser ihr euch kennt, desto bessere Ziele könnt ihr für euch setzen. Ich denke, ich werde mal auch ein eigenes Video über Ziele machen. Jedenfalls, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Peace. Tschüss. 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 Tschüss.